Im Himmel. Es klopft an die Pforte. Petrus steht auf, geht an die Tür und fragt den davorstehenden, wie heißt du mein Sohn? Der Mann antwortet, ich bin Egon Müller aus Hamm. Und schwupp, weg ist er. Petrus ist irritiert und legt sich wieder hin. Auf einmal klopft es wieder an der Tür, er geht hin, derselbe Kerl steht davor. Ich bin Egon Müller aus Hamm, weg ist er. Das nächste Mal passiert wieder dasselbe, woraufhin Petrus zum Chef geht. Tach Gott, sag mal, was geht denn ab? Dreimal schon steht ein Typ bei mir vor der Tür und sagt, ich bin Egon Müller aus Hamm und verschwindet wieder. Darauf der Gott, ach so, das ist Egon Müller aus Hamburg, der liegt auf der Unfallstation und wird gerade wiederbelebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017